Heute sind wir auf dem Weg nach Berlin, mal richtig abschalten. Morgen demonstrieren wir mit den Menschen aus Süd- und Antwerken, mit der Anti-AKB-Bewegung gegen die Gefahren von Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb, das sind die Warnfarben vor Radioaktivität. Schwarz-Gelb heißt, die Menge des Atommülls soll vergrößert werden durch die Laufzeitverlängerung für marode Altenkraftwerke. Dagegen stehen wir auf. Wir wollen Schwarz-Gelb verhindern. Wir wollen die ältesten Atomkraftwerke abschalten. Gorleben darf nicht zum Atomplode anbuggeln. Meine Damen und Herren, alle, bis zur Ansage.